Ich bin mit Mario zu übernommen und ich bin schon ewig lang beim FC Fruttagei. Ich war noch bei Spickel und bin irgendwie an anderen Orten. Im Juniorenbereich habe ich angefangen. Und dann bin ich mit Ruhe und habe etwas für den FC gemacht. Eine spezielle Taktik. Das sind sicher ganz gute Fussballer. Gegen den Jüngeren von uns. Auch von der Schnelligkeit. Nehmen wir die Reflektion oder die Schnelligkeit, die sie haben. Aber natürlich sind die Fussballer total uns überlegen. Wir werden ein paar von uns noch grosse Yoga machen, als die Fussball spielen. Wir werden da sehr wahrscheinlich Mühe haben. Ich liebe Schmäh, Mario. Ich mache auch schon lange für den FC Fruttagei. Seit drei Jahren haben wir das gemacht. Wir haben für die erste Mannschaft. Vorher Junioren trainiert. Die Füftlinge auch. Dann mit dem Aufstieg in die Füftlinge haben. Und dann in drei Jahren jetzt. Und wir hier weiterhin im Juniorenbereich weiterarbeiten. Hier im FC Fruttagei. Es ist sicher in erster Linie Fruttage geniessen. Ein Erlebnis mit diesen Teamkollegen. Gegen ein solches Team zu spielen. Das ist etwas, was ich nie mehr erleben werde. Oder einmal nicht so schnell rum. Gegen einen Lunde, gegen einen Schapison. Absolute Top-Leute. Die man früher ging. Als ich nachher schaute, jetzt gegen sie zu spielen, ist das sicher sehr interessant. Und mit Olympiasieger im Team. Und anderen Prominenten. Es ist sicher eher für unsere Spieler, das zu machen. Das ist schon lange her einmal. Und ganz früher. Das war etwa in den Ende der 80er Jahre. Als wir mal gegen YB gespielt haben. Sicher auf einmal gut stehen hinten. Defensiv. Am Anfang mal schauen, wie sie spielen. Und dann probieren, desto länger das Spiel geht. Hoffentlich ein bisschen zusetzen können. In der Hoffnung, dass sie dann vielleicht nicht ganz so lange müssen. Aber leider müssen wir wahrscheinlich länger, als man denkt. Nein, wir spielen genau unser System, das wir schon spielen. Wir haben jetzt einfach die Prominenten. Wir müssen uns einbauen im Team. Auf den verschiedenen Positionen. Wir müssen mal schauen, wie das geht. Ja. Freude gehabt. Das ist am wichtigsten. Ich denke. Schön gewesen. Was sagst du zum Team Frutigen? Ja, vielleicht wird sie uns nächstes Jahr wieder einladen. Und haben wir einen besseren Gegner. Sie können sich noch stärken. Merci. Ich habe natürlich teilgenommen an diesem Spiel, weil das bei mir daheim stattgefunden hat. Weil ich fanatischer Fussballspieler bin. Und seit ein paar Jahren kann ich das gerne machen. Und ich habe es so erlebt, dass es einfach eine Deutung erzeugt, dass die Leute, die so lange so hoch geschootet haben, einfach viel besser sind als mir. Und das ist einfach ungelogen. Und wenn ich noch regelmässig Sport mache, merke ich auch gut, die Technik, die sie haben, ist doch fantastisch, wie sie noch spielen können. Ich habe also so erlebt, dass wir überfordert waren, technischerseits, dass wir, ich selber bin natürlich da zu wenig schnell, mir geht das viel zu schnell, als die direkte Spiele spielen. Ich komme mir nicht an einem Nachden, das ist mir nicht schnell. Obwohl die Spieler etwas ähnliches halten sind wie ich. Ja sicher, auf jeden Fall. Wenn sie jetzt verrückt ist, dann wäre ich gerne dabei. Merci. Merci.